Ich zeig dir jetzt eine Variante des Bootes. Dreh das Brett um und platziere es etwas nach hinten versetzt auf deiner Matte. Setz dich so, dass du mit deinem unteren Rücken einen guten Kontakt zum Brett herstellst. Stell die Füße auf und lehn dich langsam nach hinten, so dass dich das Brett gut von unten unterstützt. Streck jetzt die Arme aus. Heb die Füße vom Boden, wenn du möchtest und strecke beide Beine aus. Halt die Spannung für acht bis zwölf Atemzüge. Löse die Übung langsam auf, umgreife mit deinen Händen deine Knie und atme in den Rücken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017